Der Konvoi an Hilfslieferungen ist gigantisch, der aus Russland Richtung Ostukraine fährt. 287 Lastwagen sind unterwegs. An Bord sind nach russischen Angaben 200 Tonnen Lebensmittel, Medikamente und Stromgeneratoren. Bislang hatte Kiew die Lieferungen blockiert. Die Regierung befürchtet, dass der Kreml unter dem Deckmantel einer Hilfsaktion Waffen für prorussische Milizen transportieren könnte. Russland will die Bedenken entkräften. Wir haben uns auf eine Route geeinigt, die für Kiew akzeptabel ist. Wir haben uns darauf geeinigt, dass die Lastwagen während der Fahrt durch die Ukraine mit ukrainischen Nummernschildern unterwegs sind. Wir haben uns auch darauf geeinigt, dass Repräsentanten des Internationalen Roten Kreuzes und der OSZE sowie ukrainische Behörden in dem Konvoi mitfahren. Wenn alles klappt, sollen die Hilfsgüter zunächst nach Scharkiew und dann ins 330 Kilometer entfernte Luhansk gebracht werden. Die Lage dort gilt als besonders dramatisch. Luhansk ist seit zehn Tagen von der Wasser- und der Stromversorgung abgeschnitten. In der Ostukraine gehen derweil die Kämpfe unvermindert weiter.